Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Wiendl. Ich bin Kursleiter bei der Firma Heidelheim und möchte Ihnen im heutigen Webinar die neuen Softwarefunktionen der TNC 640 mit dem Softwarestand 09 erklären. Wir sprechen auch bei unseren NC-Kernsteuerungen vom Meilenstein 13, weil sich diese neuen Funktionen nicht nur auf die TNC 640 beziehen, sondern auch auf die kleineren Steuerungen, auf die 620, 320 und 128. Das heißt, mit dem Meilenstein 13 ist für jede NC-Kernsteuerung ein neuer Softwarestand generiert worden und diesen Softwarestand können Sie hier auf dieser Seite gleich mal sehen. Was ich Ihnen jetzt zeige, ist der Stand von der TNC 640. Das heißt, da sind alle diese Funktionen vorhanden. Alle weiteren Funktionen können Sie dann dem jeweiligen Benutzerhandbuch der Steuerung entnehmen. Wenn Sie während dem Webinar Fragen haben, dann bitte ich Sie, das Fragenfenster zu benutzen und hier Ihre Frage einzutragen und ich gehe am Ende des Webinars auf Ihre Frage dann ein. So, wir beginnen mit unseren neuen Funktionen. Im September 2017 haben wir die Software 8 vorgestellt, den Meilenstein 12. Hier waren schon wichtige Funktionen wie die globalen Programmeinstellungen, die akzorientierte Bearbeitung mit drinnen und auch neue interessante Sachen wie der Planschieber, der Badge Process Manager, wo hier enthalten wird. Meilenstein 13 wird jetzt im Oktober freigegeben. Vorgestellt wurde ja schon im September auf der AMB in Stuttgart. Hier beschäftigen wir uns jetzt speziell mit der Benutzerverwaltung, der sehr komfortablen Maschinenraumsimulation. Dann gibt es neue Zyklen zur Erstellung von Verzahnungen, also zur Zahnradbearbeitung und außerdem wurde der Badge Process Manager erweitert. Diese Funktionen schauen wir uns jetzt im Detail genauer an. Wir fangen an mit unseren Funktionen für die Verzahnungen. Hier gibt es einmal eine neue Option. Das ist die Option 157. In dieser Option 157 ist jetzt alles verpackt, was ich für die Zahnradbearbeitung benötige. Früher war es ja so, da benötigte ich einmal die Option Fräsdrehen, weil der Zyklus 880 von der Zahnradbearbeitung fürs Abwälzfräsen im Fräsdrehpaket enthalten war und ich habe außerdem noch die Option fürs Synchronisieren von den Spindeln benötigt. Das heißt, ich habe zwei Funktionen benötigt, die eigentlich direkt nichts mit der Zahnradbearbeitung zu tun gehabt haben. Deswegen gibt es jetzt eine neue Option, die Option 157 und das ist die Verzahnungsoption. Somit benötigen wir keine Fräsdrehmaschine mehr, um eine Verzahnung zu erstellen. Wir können die Verzahnung jetzt auch mit einer reinen Fräsmaschine erstellen. Voraussetzung, um auf Schnittgeschwindigkeit zu kommen, ist halt auch ein Rundtisch, der dementsprechend auch schnell drehen kann. So, es gibt jetzt verschiedene Zyklen. Es gibt einmal das Abwälzfräsen und einmal das Weltschellen. Also je nachdem, was wir für ein Zahnrad erstellen möchten, gibt es hier verschiedene Technologien, wie man das machen kann. Als erstes kommt der Zyklus 285. Dieser Zyklus 285 ist für die Definition des Zahnrads verantwortlich. Das heißt, hier werden lediglich die Randparameter vom Zahnrad eingegeben. Nämlich der Startpunkt und Endpunkt in der axialen Achse, also in Z zum Beispiel, dann das Modul von unserem Zahnrad und die Zähnezahl. Das sind eigentlich die wichtigen Sachen, die ich für das Zahnrad benötige. Und dann kommen noch zwei optionale Parameter und auch noch das Kopfspiel und der Schrägungswinkel, den ich hier mit eingeben kann. Schrägungswinkel, je nachdem, ob es ein geradverzahntes oder schrägverzahntes Zahnrad ist. Nachdem ich den Zyklus 285 programmiert habe, kommt als nächster Schritt der Technologiezyklus. Und hier kann ich jetzt entscheiden, ob ich das Abwälzfräsen verwenden möchte, was ich zum Beispiel für eine Bearbeitung von einem Außenzahnrad verwenden kann. Das Abwälzfräsen heißt, so wie man es hier im Bild sieht, die Werkzeugachse von meinem Abwälzfräser steht senkrecht oder in einem Schrägungswinkel zu meiner Achse, Mittelachse vom Zahnrad. Das heißt, es wird mit einer seitlichen Bewegung das Zahnrad erstellt. Heißt natürlich auch, aufgrund der Größe dieses Abwälzfräsers benötige ich am Ende des Zahnrades noch einen gewissen weiteren Weg, um das Zahnrad fertig bearbeiten zu können. Was das Schöne ist an dieser Bearbeitung mit dem Zyklus 286, dass wir hier maschinenunabhängig programmieren können. Das heißt, die benötigten Werte für die Anstellungen wird alles von der Steuerung unter Beachtung von unserer Maschinenkinematik ausgeführt. Und so bin ich sehr flexibel in meiner Programmierung. Was wir außerdem verwenden können, der Zyklus kann die komplette Schneidenlänge meines Abwälzfräsers ausnutzen. Das heißt, während der Fräser, wie auf dem Bild hier, von rechts nach links durch das Zahnrad fährt, um die Zähne zu erstellen, kann ich gleichzeitig noch eine Bewegung in Z über den Zyklus mit einfließen lassen. Damit eben nicht nur ein bestimmter Teil, nämlich zwei, drei Zahnreihen vom Fräser belastet werden, sondern eben kontinuierlich der komplette Fräser. Das nennt sich das Shiften. Dadurch erhöhe ich die Werkzeugstandzeit. Eine zweite Technologie für die Zahnradbearbeitung ist das sogenannte Weltschälen. Hier wird, wie man sieht, das Werkzeug angestellt und dann wird über eine Axialbewegung, also über eine Bewegung in Z, das Zahnrad erstellt. Dieses Weltschälen bietet sich zum Beispiel für Innenverzahnungen an oder für Außenverzahnungen, wenn ich aufgrund der Bauform von meinem Werkstück eben nicht mit dem Abweltschälen arbeiten kann, sondern eben zum Beispiel relativ knapp hinterm Zahnrad einen Absatz habe, dann bietet sich das Weltschälen an. Das ist der Zyklus 287. Weltschälen, eine Alternative dazu wäre das Stoßen. Das heißt, beim Stoßen müsste ich dann jeden Zahnraum in kleinen Schritten manuell herausstoßen. Und das ist sehr aufwendig und dauert sehr lange. Da ist dann das Weltschälen schon sehr effektiver und schneller in der Bearbeitung. Programmierung ist ähnlich wie beim 286 beim Abwälzfräsen. Auch hier wieder maschinenunabhängig. Das heißt, die Steuerung berechnet sich anhand der Maschinenkinematik automatisch die Achspositionen für die Rundachsen, damit das Zahnrad sauber erstellt wird. Bei beiden Zyklen, beim Zyklus 286 und 287, wird jeweils die Spindel synchronisiert. Das heißt, einmal die Tischspindel, die das Werkstück bewegt und einmal die Frässpindel, die das Werkzeug bewegt, werden miteinander synchronisiert. Und so entsteht dann über die Z-Verfahrbewegung unsere Verzahnung. Eine Erweiterung beim Fräsdrehen gibt es auch. Und zwar den Simultanschlichtzyklus. Das ist der Zyklus 883. In diesem Zyklus verwenden wir jetzt eine beliebige Kontur, die wir über den Zyklus 14 zuweisen. Und dann kann ich im Zyklus meine Daten definieren, in welchem Bereich sich das Werkzeug bewegen darf. Das heißt, das wäre dann der Raumwinkel von meiner Rundachse. Und dann hält die Steuerung mein Werkzeug konstant an der Kontur. Und auch deswegen simultan verändert ständig den Anstellwinkel, damit ich auch eine komplexe Kontur in einem Zug schlichten kann. Die Alternative dazu wäre, in mehreren Anstellungen die Kontur zu schlichten. Allerdings kommt es dann sehr stark auf die Maschinenkinematik an. Wie genau das Ganze dann wird und wie sauber dann die geschlichtete Fläche wird. Das heißt, das Beste ist natürlich immer, wenn ich das Ganze in einem Schnitt mache. Und da bietet sich dieser Simultanschlichtzyklus mit an. Das ist eine Option, die Option 158. Wichtig dabei ist auch die Werkzeugbeschreibung. Das heißt, ich muss dem Werkzeug eine Beschreibung, am besten, wie wir es hier im Bild sehen, mit einem M3D. Das heißt, mit einem Werkzeughalter zuweisen. Und dann kann die Steuerung exakt mit diesem Halter die erforderlichen Bahnen errechnen, um kollisionsfrei dieses Werkstück schlichten zu können. Der Vorteil ist eben, dass ich das Ganze ohne CAM-System machen kann und an der Steuerung einfach über einen Zyklus programmieren kann. Wir haben auch neue Antastzyklen im automatischen Antasten. Vor ein paar Softwareständen wurden ja schon die manuellen Antastzyklen komplett überarbeitet. Und jetzt werden eben diese neuen Möglichkeiten im Antasten auch Schritt für Schritt in das automatische Antasten übernommen. Die ersten drei neuen Zyklen, die hier entstanden sind, sind die Zyklen 410, 1410, 1411 und 1420. Antasten Kante, Antasten 2 Kreise und Antasten Ebene. Wichtig ist, diese Zyklen können dann zum Beispiel auch eine 3D-Grunddrehung in die Preset-Tabelle mit eintragen. Ich kann innerhalb vom Zyklus verschiedene Modi programmieren, zum Beispiel einen halbautomatischen Modus. Halbautomatischer Modus heißt, dass ich die Steuerung dazu bringen kann, bei sehr kleinen diffizilen Teilen, da wo ein Vorpositionieren schwierig ist, was wir allerdings fürs Antasten ja benötigen, kann ich einen halbautomatischen Modus aktivieren. Das heißt, die Steuerung stoppt dann den Zyklus ab und ich kann mich manuell vorpositionieren und kann dann mit dieser Position weiter tasten. Somit erleichtere ich mir hier die Arbeit in meinem Antastbetrieb. Diesen Einrichtebetrieb kann ich über ein Fragezeichen aktivieren. Das heißt, bei meiner Punktedefinition, also wo ich meine Koordinaten definiere, kann ich über das Fragezeichen sagen, ich weiß nicht genau, wo dieser Punkt liegt und dann kann ich diesen halbautomatischen Modus aktivieren. Eine Erweiterung haben wir im Batch Process Manager. Der Batch Process Manager wurde ja mit der Software 8 eingeführt, um eben unsere Palettenbearbeitung zu erweitern und eine Auftragsplanung mit einzuführen. Das heißt, ich kann jetzt meine Paletten mit NC-Programmen bestücken und die Steuerung überprüft automatisch jedes NC-Programm, das auf dieser Palette liegt, ob es einen Fehler im NC-Programm gibt, ob der Verfahrbereich ausreichend ist, wenn ich den Preset mit angebe, ob die Werkzeuge alle im Magazin sind, ob die Werkzeuge in der Werkzeugtabelle sind und ob die Werkzeuge auch genügend Standzeit haben. Die Steuerung zeigt mir dann diese sogenannten manuellen Eingriffe an. Zum Beispiel, wenn ich ein Werkzeug habe, das nicht im Magazin ist, dann ist es ja ein manuelles Werkzeug. Das heißt, da würde ich die Steuerung stoppen, würde zum manuellen Werkzeugwechselpunkt fahren und würde mich auffordern, das Werkzeug einzuwechseln. Das heißt, die Maschine steht dann. Und diesen manuellen Eingriff markiert mir die Steuerung im Batch Process Manager. Und so kann ich beispielsweise auch die komplette Nachtschicht durchplanen, indem ich immer wieder neue Teile auf meine Palette lade und so eben auch schauen kann, okay, wann endet die Bearbeitung. Okay, die Bearbeitung endet um 5.30 Uhr. Dann kann ich noch ein Bauteil auf den Maschinentisch draufpacken, wenn Platz da ist und das noch eine Stunde zum Beispiel fräsen lassen. Die Erweiterung im Milestone 13 vom Batch Process Manager ist jetzt, dass der Batch Process Manager in der Betriebsart eingebettet ist. Das heißt, er ist nicht mehr als eigenständige Funktion, die sich auf dem dritten Desktop öffnet, sondern wird jetzt in allen Betriebsarten angeboten. Außerdem haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze mit der werkzeugorientierten Bearbeitung zu verbinden und einzuprogrammieren. Außerdem benötige ich nicht mehr explizit die Option 93, die erweiterte Werkzeugverwaltung. Die wird jetzt standardmäßig beim Batch Process Manager mit der Option 154 mit aktiviert oder verwendet. Aktiviert, nicht verwendet. Eine sehr interessante Funktion und Erweiterung ist die Verschmelzung von unserem Programm Test, von der Maschinenraumsimulation mit unserer Abtragssimulation. Das heißt, wir können jetzt im Programm Test zum Beispiel über Programm und Maschine uns den Maschinenraum anzeigen lassen und im Maschinenraum auch gleichzeitig noch das Werkstück anzeigen lassen. Und so habe ich eine sehr realistische Simulation von meiner Bearbeitung und kann eben schon sehr frühzeitig auf eventuelle Kollisionen reagieren, die mir beim Schwenken, Fünffachsbearbeitung, Simultanbearbeitung entstehen können. Wichtig ist hierbei der Bezugspunkt. Das heißt, anhand von diesem Bezugspunkt, der aktiviert wird, wird die Blockform in meiner Simulation positioniert. Und somit kann ich mir die ganzen Bearbeitungen hier mit anschauen. Auch sehr detailgetreu, auch Phasen können sehr gut erkannt werden und so kann man das Schritt für Schritt hier weiterarbeiten. Genau diese Simulation haben wir jetzt auch in der Satzfolge. Da gab es ja früher zwei unterschiedliche, eine in der Satzfolge und eine im Programm Test. Jetzt haben wir in beiden Maschinenbetriebsarten, sowohl auf der Maschinenseite wie auch in der Programm Testseite, eine sehr leistungsfähige Grafik. Und ich kann auch, wenn ich Kühlmittel verwende und alles Mögliche, eine sehr gute Sicht auf meine Bearbeitung haben und sehe ebenso gleich, wo sich das Werkzeug befindet und wie viel Abstand ich eventuell noch zu einem Maschinenkomponente habe, was beim Freifahren auch sehr interessant ist. Die Darstellung kann ich ändern, das heißt, über Maschine, Werkstück, Werkzeug kann ich verschiedene Vollansicht, Transparentansicht oder Volltransparentansicht oder beim Werkstück auch kein Werkstück anzeigen lassen. Und so kann man hier eben Schritt für Schritt unsere Simulation noch besser verwenden und noch sicherer die Programme testen. Eine Erweiterung gibt es in den Plain-Funktionen. Und zwar kann ich ja in der Plain-Funktion über die Sequenz entscheiden, ob sich zum Beispiel meine Tischachse ins Minus bewegen soll oder ins Plus bewegen soll. Diese Sequenz hat sich allerdings immer auf die Achspositionen bezogen. Das heißt, bei den meisten Maschinen mit einer vertikalen Spindel hat das Ganze wunderbar funktioniert. Es gibt allerdings einige Maschinenkinematiken mit einer horizontalen Spindel und einem AB-Rundtisch zum Beispiel. Und dieser Rundtisch kann entweder unterhalb von der Spindel betrieben werden oder auch über Kopf über der Spindel betrieben werden. Und damit man hier auch ganz einmal mit den Plain-Funktionen programmieren kann, gibt es jetzt anstelle von Sequenz die neue Möglichkeit Sim. Sim bezieht sich auf den geometrischen Symmetriepunkt vom Fahrbereich der Achse. Und somit kann ich jetzt auch solche Maschinenkinematik mit einer horizontalen Spindel und einem AB-Schwenktisch zum Beispiel sehr komfortabel programmieren und kann jetzt auch die Überkopf-Variante ohne einen Plain-Axial einstellen. Genau, es gibt dann eben hier so verschiedene Verfahrenbereiche, wo man eben sagt, okay, da würde es mit der Sequenz Minus und Sequenz Plus zum Beispiel keine Lösung geben und so kann man das hier über Sim wieder sauber einstellen. Bei den meisten Maschinen kann man weiterhin die Sim exakt gleich wie Sequenz eingeben. Bei einigen Maschinen ist es eben dann vom Vorteil, wenn ich hier auf den Sim-Schalter wechsle, um eben die Möglichkeiten besser nutzen zu können. Ebenso eine Erweiterung gibt es in unserem Antasten-Ebene, also in unserer manuellen Antastfunktion Probing Plane. Hier kann ich jetzt entscheiden, wenn ich die Rundachsen ausrichten lassen möchte. Erstens mal den Vorschub, zweitens ob es mit Turn oder Move passieren soll und drittens in welche Richtung, also Sim Plus oder Sim Minus, ich diese Funktion ausführen lassen möchte. Früher war das ja so, dieses Ausrichten der Rundachsen wurde immer mit Turn gemacht und eine Möglichkeit, die Vorzugsrichtung zu wählen, gab es auch nicht. Das heißt, man musste sich freifahren und dann wurde dementsprechend die Rundachsen ausgerichtet. Da haben wir jetzt eine weitere Möglichkeit. Jetzt kann ich eben dieses komplette Verhalten nach Ebene ausrichten, steuern und ebenso Schritt für Schritt meinen Prozess auch im manuellen Betrieb beim Ausrichten der Fläche steuern. Sehr oft kommt die Frage auf, eine Rundachse steht nicht auf 0 und ich möchte einen Bezugspunkt setzen. Dann kommt die schöne Fehlermeldung Achswinkel ungleich Schwenkwinkel. Das kann jetzt entweder daran liegen, dass die Achse einfach nicht sauber auf 0 gefahren wurde vor dem Antasten oder dass die aktuelle Achsstellung nicht als Schwenkstellung angegeben wurde. Und dieser Fehlermeldung vorgeschaltet ist jetzt ein neues Fenster. Das heißt, wenn die Rundachsen nicht gleich der Bearbeitungsebene Schwenken angestellt sind oder eingestellt sind, dann erhalte ich eine Infomeldung oder ein Fenster, ein Auswahlfenster von der Steuerung. Und zwar, ob ich diesen aktuellen Achszustand, wie zum Beispiel hier, C, 10 Grad, ob ich den als 3D-Drehung übernehmen möchte oder ignorieren möchte. Wenn ich die Übernehmen sage, dann werden diese Achswerte einfach in einem Plane Axial eingetragen und aktiviert. Das heißt, dann kann ich in dieser Stellung auch antasten. Wenn ich die Ignorieren sage, dann muss ich eben die Achsen dementsprechend auf 0 zurückfahren. Eine weitere neue Möglichkeit ist jetzt auch, dass ich mit aktivem TCP-M, also mit aktivem M128, einen Bezugspunkt setzen kann. Bis jetzt musste ich ja immer, wenn ich beispielsweise mit einem angestellten Werkzeug einen Bezugspunkt setzen möchte, musste ich immer Schwenken aktivieren und anschließend konnte ich halt senkrecht zur geschwenkten Bearbeitungsebene, zum Beispiel in Z, einen Bezugspunkt setzen. Wenn ich jetzt allerdings ein großes Formenbauteil auf der Maschine habe und einen AC-Gabelkopf zum Beispiel und ich möchte am unteren Teil meiner Form den Bezugspunkt setzen, weil hier mein Aufnahmepunkt liegt, dann komme ich mit einem 90 Grad geschwenkten Kopf nicht an diese Position ran. Somit kann ich jetzt über ein aktiviertes M128 mein Werkzeug, meinen Taster anstellen und kann dann in diesem angestellten Betrieb meinen Bezugspunkt setzen. Damit dieser Bezugspunkt jetzt auch genau ist, muss der Taster über den Zyklus 460 3D kalibriert sein. Das heißt, es reichen jetzt nicht mehr die fünf Punkte vom Kalibrieren, also für den Radius in 0, 90, 180 und 270 Grad und unten Tooltip vom Taster in Z-, sondern jetzt benötige ich auch noch die exakten Werte von meiner Kugelabweichung im 3D-Messbetrieb und das mache ich mit dem Tastzyklus 460. Da kann ich mit einer Kalibrierkugel mir meinen Taster exakt kalibrieren und dann kann ich auch im angestellten Betrieb mein Bauteil antasten. Somit bin ich jetzt auch bei Großmaschinen sehr flexibel, wenn ich meinen Bezugspunkt aufnehmen möchte. Eine Erweiterung gibt es auch im 3D-Rot-Menü. Bis jetzt war im 3D-Rot-Menü immer der Programmlauf und der manuelle Betrieb aufgeführt. Hier gibt es jetzt für jede Art ein Aktiv bzw. Inaktiv. Das heißt einmal Programmlauf, Schwenken im Programmlauf aktiv, Schwenken im manuellen Betrieb nur über Werkzeugachse aktiv, manueller Betrieb Schwenken komplett aktiv oder manueller Betrieb Grunddrehung aktiv. Das sind jetzt verschiedene Möglichkeiten, was man hat. Manueller Betrieb Grunddrehung ist neu. Das heißt, wenn ich den aktiviere, dann wird auch im manuellen Betrieb einer Grunddrehung nachgefahren. Und auf der rechten Seite sehen wir hier noch, was aktiv ist, Raumwinkel oder Achswinkel und die dementsprechenden Raumwinkel bzw. Achswinkel, was programmiert wurde. Das heißt, so hat man einen noch besseren Überblick über die kompletten Einstellungen von meinem Schwenken und über das 3D-Rot-Menü. Eine Erweiterung im Schnittdatenrechner. Über den Schnittdatenrechner kann ich ja, wenn ich beim Toolcall stehe, die Spindeldrehzahl oder irgendwo bei Vorschub, meinen Vorschub mir automatisch berechnen lassen über die Eingabe von Schnittgeschwindigkeit, Übernahme vom Radius aus der Werkzeugtabelle, über die Eingabe vom Vorschub pro Zahn und Übernahme der Zähnezahl aus der Werkzeugtabelle kann ich mir hier den Vorschub ermitteln lassen. Was jetzt neu dazugekommen ist, ist die Möglichkeit, das Ganze auch in Verbindung mit Schnittdatentabellen zu machen. Das heißt, ich kann in der Steuerung verschiedene Tabellen hinterlegen. Einmal die T-MAT-Tabelle mit den Schneidstoffdaten, also Schneidstoffnamen. Dann gibt es die W-MAT-Tabelle mit den Werkstoffnamen. Und dann gibt es noch die Verknüpfung dieser beiden Werte mit den passenden Schnittwerten. Das heißt, da steht dann drinnen, mit diesem W-MAT und diesem T-MAT, also mit diesem Werkstoff und diesem Schneidstoff, darfst du diese Schnittgeschwindigkeit fahren und diesen Vorschub pro Zahn. Und die kann ich dann meinem Werkzeug zuweisen. Es gibt es jetzt einmal CAD für CAD und einmal für CAD-D. Das heißt, da kann ich dann durchmesserabhängig noch die Vorschub pro Zahn-Werte mit eingeben. Und so bin ich hier wieder flexibler, wenn ich mir diese Tabellen eingepflegt habe, muss ich eben nicht immer wieder im Handbuch nachschauen, was habe ich denn für Zerspannungswerte, sondern kann eben direkt auf die Tabelle zugreifen. Die Steuerung rechnet mir dann diese Werte automatisch aus und passt sie dann an mein Material, an meinen Werkstoff mit an. Erweiterung im Zyklus 451, Kinematics Opt. Und zwar, wie man auf dem Bild schon sieht, gibt es diesen Modus 3 für Tisch-Tisch-Kinematik oder Kopf-Kopf-Kinematik. Für diese zwei Anwendungen macht dieser Modus 3 einen Sinn. Tisch-Tisch-Kinematik heißt, dass zwei Rundachsen sich im Tisch befinden. Das kann jetzt zum Beispiel wie hier eine BC-Tisch-Kinematik sein. Das kann aber auch eine AC-Tisch-Kinematik sein, je nachdem wie definiert, oder eine AB-Tisch-Kinematik. Wichtig ist aber nur, dass ich zwei Rundachsen im Tisch habe zum Beispiel. Oder, wie das untere Beispiel zeigt, eine Kopf-Kopf-Kinematik. Das heißt, zwei Rundachsen befinden sich im Kopf. Das kann jetzt entweder so ein 45-Grad-Kopf sein wie hier oder ein AC- bzw. BC-Gabelkopf. Wichtig ist auch hier, dass ich jeweils zwei Rundachsen im Kopf habe. Dann kann ich diesen Modus 3 verwenden. So, was kann ich mit diesem Modus 3 machen? Wir schauen uns mal das obere Beispiel an. Wir vermessen die C-Achse, also der blaue Pfeil oben. Während des Vermessens von der C-Achse stellen wir einen B-Fehler fest. Das kann man im Protokoll vom Zyklus 451 immer schön sehen. Das wäre der B-zu-C-Fehler. Normalerweise wird dieser B-zu-C-Fehler über Kinematics-Comp ausgeglichen. Das wäre der Modus 2. Mit dem Modus 3 können wir jetzt hergehen oder geht die Steuerung her und gleich diesen B-zu-C-Fehler mit der unter der C-Achse liegenden B-Achse aus. Das heißt, wenn die Steuerung einen B-zu-C-Fehler von 0,1 Grad ermitteln würde, dann würde sie diesen 0,1 Grad-Fehler jetzt nicht in die Kinematics-Comp-Kompensation reinschreiben, sondern sie würde diesen Fehler in den Parameter, also in die Ref-Position von der B-Achse reinschreiben. Somit wird diese Fehlstellung von der C-Achse über den B-Maschinen-Nullpunkt ausgeglichen. Vorteil ist dadurch, dass dann der Tisch eben wirklich gerade steht und nicht softwaretechnisch kompensiert wird, sondern wirklich mechanisch dann auch gerade steht. Und das ist eben der Vorteil von diesem Modus 3, wo ich hiermit habe. Voraussetzung ist aber, dass ich das Ganze mit einer Kinematik mache, wo entweder zwei Rundachsen im Tisch oder zwei Rundachsen im Kopf sind. Also mit einer B-Kopf-C-Tisch-Kinematik funktioniert der Modus 3 nicht. Eine kleine Erweiterung haben wir noch beim Planfräsen. Und zwar beim neuen Zyklus 233 gibt es jetzt einen Parameter für die Vorpositionierung. Das heißt, wie bei den Taschenzyklen auch oder beim Zapfenzyklus, wird jetzt hier einfach vorgegeben, an welcher Position ich den Zyklus starten möchte. Und dann muss ich mich nur an dieser Position vorpositionieren. Und von der aus werden dann die Eingabewerte wie erste Seitenlänge, zweite Seitenlänge berechnet. So, wir schauen uns das Ganze jetzt mal live auf dem Programmierplatz an. Dazu habe ich hier den Programmierplatz schon mal gestartet und ein bisschen was vorbereitet. Die Software wird in den nächsten Tagen freigegeben. Somit wird dann auch der Programmierplatz in den nächsten Tagen verfügbar sein. Also ganz normal bei uns über die Homepage gehen, über den Programmierplatz. Dann können wir uns das Ganze hier mit herunterladen und können uns das hier mit anschauen. Ich schaue gerade mal, ob schon was mit dabei ist. Momentan ist noch der 08 SP3 Stand auf der Homepage drauf. Das heißt, in der nächsten Woche wird dann hier sicherlich auch der neue Programmierplatz mit der Software 09 verfügbar sein. So, was haben wir denn Neues mit dabei? So, das heißt, wir schauen uns hier mal unsere neuen Sachen mit an. Einmal was Neues ist unser Zyklus 1411, also zum Ausrichten unserer Bauteile. Den finden wir über unsere Tastfunktionen und wenn ich auf Rotation gehe, dann wird hier meine Zyklen angezeigt. Der 1420 zum Ausrichten einer Ebene, 1410 zum Ausrichten einer Kante und 1411 zum Ausrichten von zwei Bohrungen. Wenn wir uns den 1411 mal anschauen, dann kann ich eben hier meine ersten, also X- und Y-Koordinate von meinem ersten Element angeben. Genauso auch die Z-Höhe zum Messen und der Durchmesser. Dann ist das erste Element definiert, anschließend das Ganze für das zweite Element, also X, Y und Z-Position, genauso wie der Durchmesser. Und jetzt kann ich den Geometrie-Typ bestimmen. Also ob ich 0, zwei Bohrungen habe, 1, zwei Zapfen habe, 2, eine Bohrung, einen Zapfen oder 3, einen Zapfen, eine Bohrung. Das heißt, je nachdem, wie ich meine, was ich habe, kann ich hier entscheiden, was ich hier angeben möchte. Anzahl der Tastpunkte, Startwinkel, Öffnungswinkel, sichere Höhe. Dann, wie er die sichere Höhe anfahren soll, ob er Minus 1 gar nicht auf der sicheren Höhe fahren soll, beim 0 auf der sicheren Höhe beginnen soll und dann nicht mehr auf die sichere Höhe fährt, außer am Ende. Ob er 1 nur innerhalb vom Element nicht auf die sichere Höhe fahren soll oder 2 immer auf die sichere Höhe fahren soll. So kann man das hier entscheiden, was man benötigt. Die Fehlerreaktion, gar kein Fehler, ob nur bei, ob immer, wenn außerhalb von der Toleranz ist, ein Fehler ausgegeben soll oder ob nur bei Ausschuss, also wenn zu groß oder zu klein gemacht wurde, also bei Untermaß, dass hier eine Fehlerreaktion ausgegeben werden soll. Dann Achs ausrichten kann ich auch machen. Das heißt, je nach Achskinematik, nach Achsstellung wird hier die Rotation, die gemessene Rotation wieder kompensiert mit Move oder Turn. Dann, ob ich einen Bezugspunkt setzen möchte, den Bezugspunkt in der ersten Bohrung, in der zweiten Bohrung oder in der Mitte. Das heißt, wenn ich hier 3 angebe, wird das Bauteil automatisch ausgerichtet und der Bezugspunkt in Mitte Bohrung gesetzt. Das heißt, da spare ich mir dann schon wieder einen Antastzyklus, indem ich ihm sage, okay, als erstes das erste Element messen, dann das zweite Element messen und anschließend den Bezugspunkt mit Drehenkel auf Mitte zwischen diesen beiden Elementen einbringen. Und was ich mit der Rotation machen möchte, 0, gar nichts, 1, Grunddrehung, 2, Fischdrehung. So kann ich entscheiden, was ich hier machen möchte. Das war die Möglichkeit mit dem neuen Antastzyklen. Als nächstes schauen wir uns das Simultandrehen an. Dazu definiere ich mein Konturlabel, das Konturlabel 10. Ich schalte das M144, also die Kompensation meiner Anstellung beim Drehen mit M145 aus und aktiviere das TCP-M und beim TCP-M ist wichtig, dieser neue RevPoint, das wurde ja mit der Software 8 bei der 640 eingeführt, RevPoint, Tip Center, das heißt, wir befinden uns im Drehbetrieb, das heißt, die oberen Werkzeuge sind für uns interessant. Tip Center heißt, dass das Werkzeug ganz normal als Orientation, zum Beispiel Tool Orientation 1, vermessen wurde mit XL und ZL und zwar so, dass der Punkt auf Mitte von diesem grünen Kreuz ist das Werkzeug vermessen und der Schneidenradius ist in der Werkzeugtabelle mit angegeben. Geführt wird das Werkzeug allerdings über den roten Kreismittelpunkt über den Mitte von Schneidenradius. Und den muss ich aktivieren, damit ich eben hier meine Kompensation richtig ausgeführt werde. Und dann erfolgt der eigentliche Drehzyklus. Und hier werden jetzt verschiedene Werte definiert, wie zum Beispiel der minimale Anstellwinkel minus 20 und der maximale Anstellwinkel plus 60 von meiner Anstellachse. Der Winkelschritt von 2 Grad und so kann man hier diese Simultanbewegung komplett definieren. Die Steuerung berechnet sich dann automatisch die benötigten Verfahrwege und führt dann automatisch diese Bearbeitung aus. Als nächstes schauen wir uns jetzt noch das Zahnradfräsen an und zwar einmal der Zyklus 285. Hier definiere ich die Daten fürs Zahnrad. Einmal der Beginn in Z, Ende in Z, dann das Modul. Das entnehme ich entweder meiner Zeichnung oder meinem Fräser, je nachdem was man hier zur Verfügung hat. Anzahl der Zähne. Dann optional, man sieht es ist 0 drinnen, also optionaler Parameter der Außendurchmesser bzw. Innendurchmesser, je nachdem ob die Anzahl der Zähne positiv oder negativ definiert werden. Das entscheidet sich hier, ob ich eine Außen- bzw. Innenbearbeitung mache. Ansonsten kann ich hier noch meinen Kopfspiel mit angeben und meinen Anstellwinkel. Im Zyklus 287 ist jetzt unsere Schälbearbeitung und so können wir hier unsere ganzen Parameter eingeben, um unser Zahnrad zu definieren. Wie das Ganze dann ausschaut, können wir uns natürlich in der Simulation mit anschauen. Als erstes kommt der Taster. Also diese neuen Antastzyklen kann ich auch komplett simulieren. Man sieht jetzt hier, wie der Taster eben seine Messungen macht. Als nächstes kommt jetzt das Drehwerkzeug mit rein. Und jetzt kann ich eben jederzeit umschalten auf meine Maschine. Und jetzt habe ich eben auch in der Maschinensimulation meine komplette Ansicht mit dabei. Und kann eben hier jetzt im Maschinenraum alles mit simulieren und mir anschauen lassen. Und kann eben auch auf eventuell vorkommende Kollisionen gleich reagieren. Man sieht, das Werkstück schwebt noch ein bisschen in der Luft. Das heißt, momentan gibt es hier noch keine Möglichkeit der Spannmittelverwaltung. Das wird dann in die nächsten Softwareversionen mit reinkommen. So, jetzt werden die Bahnen für Simultandrehen berechnet. Da kommt so ein kurzes Überblendfenster. Und jetzt beginnen wir mit der Simultandrehbearbeitung. Das heißt, die Kontur, diese Außenkontur wurde jetzt in einem Label definiert in X und Z. Und der Simultandrehzyklus schlichtet mir jetzt in einem Zug die komplette Kontur mit Hinterschnitt. Und da kann ich jetzt zum Beispiel so ein neutrales Werkzeug verwenden. Ich kann aber auch einen Schlichtmeißel verwenden. Also die Steuerung berechnet sich das immer anhand der Schneidengeometrie. Das ist eine kollisionsfreie Bahn und eine Bearbeitung hier erfolgt. So, als nächstes kommen wir jetzt zur Zahnradbearbeitung. Da sieht man in der Simulation relativ wenig. Man sieht lediglich die axiale Z-Bewegung. An der Maschine entsteht durch diese axiale Z-Bewegung und der synchronisierten Spindellauf von Tisch- und Werkzeugspindel ein Zahnrad. Und so bin ich eben sehr flexibel in der Zahnraderstellung. Für die Innenbearbeitung bietet sich immer das Weltschälen an. Für die Außenbearbeitung kann ich entweder Weltschälen oder Abwälzfräsen wählen. Einfach programmiert über den Zyklus 286 und 287 definiert wird es über den 285 zum Zahnrad definieren. Die Möglichkeit ist eben hier sehr schön mit dieser Simulation von der Maschinenraumsimulation zusammen mit der Abtragssimulation, speziell beim Schwenken. Wie man hier sieht, dass man eben nicht irgendwo hinten mit dem Zylinder von der Y-Achse hier zum Beispiel auf ein TT oder auf ein anderes Maschinenbauteil mit drauf kommt. Und so habe ich eben eine sehr realitätsnahe Simulation, wo ich eben auch Kollisionen, eventuell vorkommende Kollisionen sehr schnell entdecken kann. Wir können uns jetzt zum Beispiel noch in unserer Satzfolge anschauen. Und zwar wähle ich mir jetzt mal unseren Batch Process Manager aus und wähle mir hier in der Satzfolge eine Palettendatei, Punkt P, aus. Diese Palettendatei sieht man jetzt hier in der ganz normalen Tabellenansicht, unten das NC-Programm, rechts die Maschinensimulation. Jetzt kann ich über die drei Pfeile im Kreis mir meinen Batch Process Manager mit anzeigen lassen. Dann wird mir die Palettendatei nicht in der Palettenansicht, sondern in der Ansicht vom Batch Process Manager angezeigt. Und jetzt sieht man schon die ganzen Sanduhren hier hinten. Es wird jetzt begonnen zu berechnen. Das heißt, die Steuerung rechnet jetzt intern einmal alle Programme durch, um zum Beispiel die Bearbeitungszeit zu ermitteln. Und auch, um festzustellen, sind alle Werkzeuge vorhanden, muss ich eventuell ein Schwesterwerkzeug einwechseln. Und so wird jetzt hier eben Schritt für Schritt jedes Programm durchgerechnet und wird auch gleichzeitig noch gesagt, okay, wann endet denn dieses Programm? Das erste, wir sehen jetzt hier die erste Palette, ist durchgerechnet mit insgesamt 21 Minuten oder 23 Minuten Bearbeitungszeit. Da passt alles. Das heißt, der Bezugspunkt stimmt hier. Das heißt, mit diesem Bezugspunkt haben wir genügend Verfahrbereich. Dann alle Werkzeuge sind verfügbar und auch keine Fehler im NC-Programm sind da. Und so rechnet eben die Steuerung jetzt Schritt für Schritt diese ganze Bearbeitung durch. Dauert hier jetzt natürlich etwas länger, weil wir uns hier auf einem Programmierplatz befinden, wo es jetzt hier einfach länger Rechenzeit benötigt. Es geht auf der Steuerung immer sehr flott. Kommt natürlich auch auf die Programmgröße drauf an. Im Endeffekt muss die Steuerung das Ganze einmal durch simulieren, im natürlich schnellsten Modus, wie es geht. Und so wird eben hier Schritt für Schritt das Ganze abgearbeitet. Man kann natürlich auch hergehen und in der Programmierbetriebsart, wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine Palettendatei anlege. Zum Beispiel habe ich hier eine Palettendatei und jetzt kann ich über die Möglichkeit, weitere Funktionen, Select Editor, kann ich mir hier jetzt entweder auswählen, das Ganze über einen Tabelleneditor zu machen oder über einen Batch Process Manager Editor. Das heißt, so kann ich mir jetzt auswählen, ob ich eine Palettendatei standardmäßig mit dem Tabelleneditor oder mit dem Batch Process Manager öffnen lassen möchte. Und so kann ich mir jetzt hier einmal das Ganze anzeigen. Was wir hier vorne sehen, diese Klammern, das heißt, dass diese beiden Werkstücke werkzeugorientiert miteinander verbunden sind. Und so kann ich mir jetzt hier beispielsweise eine neue Palette mit ein, Insert After zum Beispiel eine neue Palette. Insert, diese Palette soll dann, auf dieser Palette soll sich ein NC-Programm befinden. NC-Programm können wir uns aussuchen. Zum Beispiel soll sich hier das NC-Programm nehmen wir mal eins dieses NC-Programm befinden mit dem Bezugspunkt 2 und diese Palette ist bearbeitbar, also verfügbar in der Maschine und dann rechnet er mir das ganze Programm mit durch und gibt mir dann dementsprechend eine Meldung aus Programm ist in Ordnung oder Programm ist nicht in Ordnung. Und wenn ich dann diese Palette in den Batch Process Manager in die Satzfolge lade, dann wird auch noch überprüft, ob die Werkzeuge alle verfügbar sind. Das heißt, hier sieht man jetzt, aha, bei dieser Palette hier, im Programm 7 beim Flansch fehlt das Werkzeug die Reibale 10 H7. Das heißt, das ist ein externes Tool, das ist nicht im Magazin vorhanden, das heißt, wenn ich möchte, dass diese Programme wirklich bis um 5 vor 4, also in einer Stunde alle bearbeitet werden, dann muss ich noch schauen, dass dieses Werkzeug eingefügt wird, ansonsten würde um 15.42 Uhr die Maschine stehen bleiben und auf dieses Werkzeug warten. Und so kann ich den Batch Process Manager dafür nutzen, um einfach meine Auftragsbearbeitung durchzuplanen und so Schritt für Schritt meine Maschine zu rüsten. So, das war's von meiner Seite. Sollten Sie später noch Fragen haben, können Sie natürlich gerne jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. Ich denke, die Telefonnummer von unserem Service ist allzeit oder überall bekannt. Die 08669 für Tranreuth, die 31 für Heidenhain und dann die 3103 für unsere NC-Programmier-Headline oder einfach eine E-Mail an die 3103 at heidenhain.de Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Webinar wiederhören. Bis dann und auf Wiederhören.